Hallo, guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Ihr seid dabei bei einer spontanen Bastelaktion. Sieht man schon was? Wenn ich es hoch halte. Was könnte das werden? Ein bisschen halbtransparentes Papier und ein Pappteller. Und Gerte zeigt uns jetzt gleich genauer, was sie basteln will und vor allem warum. Und eine riesige Rolle. Heute ist der 20. März. Heute gibt es eine totale Sonnenfinsternis über dem Atlantik. Nicht bei uns. Aber bei uns kann man sie zum Teil sehen. Ich glaube 80% bei uns. Genau. Und ich habe im Internet gelesen, dass man sich eine Lochkamera bauen kann. Je länger, desto besser. So wird sie ungefähr 1 cm groß sein, das Sonnenbild. Dazu brauche ich halbtransparentes Papier. Das hier ist jetzt architektes Papier. Kann man auch Futterbrotpapier nehmen. Eine Platte, eine Kartonpappe zum Verschließen auf der einen Seite. Das werde ich jetzt tun. Das hier ist übrigens eine Teppichrolle. Das ist in einem Teppich drin, wenn man ihn kauft. Das ist in einem Teppichرك Intelligenstern. Das ist ein Teppich Skywalker. ане? Untertitelung des ZDF, 2020